Hey Leute, CryMix hier, was geht ab? Ich bin Paul Berger, Leute, wir sitzen im Knast. Hilfe, hallo, hört uns denn jemand? Kann mich über... Ey, Lukas, was machst du denn hier? Was geht? Ey, Bro, hol mich doch mal hier aus dem Knast raus. Hä, ich kann nichts machen, das... Warte. Ja, oh, irre, danke. Boah, du hast mich rausgeholt hier. Aber Leute, die richtige Challenge startet gleich jetzt. Und zwar werden heute, Wife und ich, in verschiedenen Teams versuchen, aus einem Gefängnis auszubrechen. Und wer es schafft, schneller aus dem Gefängnis in Minecraft auszubrechen, der gewinnt die Challenge heute. Leute, lass ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, Lukas, welches Team willst du sein? Blau oder Rot? Ich gehe blau. Dann geh du mal in Team Blau, ich gehe wieder in Team Rot rein. Das hat mir eh gut gefallen. Hier die rote Zelle, let's go. Ich seh dich durch die Wand. Bin meine Zelle. Ah, da bist du, okay. Okay, ey, Max, ich wünsche dir viel Glück, okay? Ich wünsche dir auch viel Glück. Ja, dann ist mal lieber. Ja, okay. Ich warte auf dich draußen dann, ne? Ja, 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 so. Okay, wir haben hier einen Steinknopf jetzt bekommen und wir müssen hier ausbrechen aus der Zelle. Jetzt ist nur die Frage, wo soll man den Knopf hinsetzen? Jetzt vielleicht hier auf das Blaue? Hä? Okay, hier auf Blau passiert nix. Ich sammle den nochmal auf, den Knopf. Irgendwo hier. Hä? Level 1 Parcours. Okay, wir durften jetzt weitergehen. Äh, okay, wahrscheinlich brauchen... Ah, okay, hier ist ein unsichtbarer Block. Das weiß Lukas bestimmt nicht. Kann man bis da rüber springen? Nein, das geht doch nicht. Wir kommen doch nicht so weit darüber. Wo sollen wir denn hier hinlaufen, um den Parcours hier zu meistern? Da ist... ... irgendwo ein Block in der Luft. Ich glaube aber nicht. Okay, das geht auf jeden Fall nicht, Leute. Wir sind einfach unsichtbare Blöcke. Checkt ihr das? Wie krass ist das einfach? Äh... Kommt man da rüber? Wie kommt man da rüber, Leute? Vielleicht muss man mit einem Knopf irgendwas... Irgendwas... Warum ist hier ein blauer Ding? Das irritiert mich irgendwie ein bisschen. Oh mein Gott, das... Ey, hä? Bro, hast du diesen Parcours schon geschafft? Äh... Nein, Bro, der ist übel schwer. Also da ist ja ein so ein unsichtbarer Block, wo man drauf springen kann. Ja, ja, genau. Und dann sehe ich nicht weiter, weil bis zum nächsten schafft man es ja nicht. Hä, warte, wo ist der unsichtbare Block? Da ist ein so ein unsichtbarer Block. Also ich schaffe es bis... Warte mal, hier ist nochmal... Ah, warte mal. Oh mein Gott, okay. Okay, ich habe... Wo war der nochmal, hallo? Ja, ich sage es mal so. Bei dem Parcours gibt es unsichtbare Blöcke, auf die man drauf springen kann. Hä, wo denn? Da musst du mal deine Augen aufmachen. Bro, ist es nicht. Ja, oh mein Gott, ich habe es rüber geschafft über den Parcours. Naja, ich gebe dir jetzt mal keine Tipps mehr. Hä, Junge, ich finde den Block nicht. Hallo. Okay, jetzt haben wir hier unseren Button. Also hier mit der Druckplatte passiert nichts. Boah, ich check das hier gerade nicht. Ey, Bro, nach diesem Parcours kommt da so eine Glaswand, wo eine Druckplatte auf dem Boden ist. Aber da passiert nichts mit der Druckplatte. Und die Glasscheiben darf man ja auch nicht kaputt hauen. Richtig. Und man hat ja noch einen Knopf dabei. Und den Knopf, den setze ich hier gerade an verschiedenste Stellen. Aber es passiert einfach nichts. Verstehe ich es nicht. Bist du da auch schon? Nee. Junge, ich bin immer noch bei diesem scheiß Parcours, Mann. Weißt du, es gibt zwei Blöcke, die unsichtbar sind. Unsichtbar sind, ja, ich habe die auch schon beide. Und das schaffst du nicht, darüber zu kommen? Ach so, warte, du bist einfach noch rüber gesprochen. Oh, ich nehme alles zurück. Ah, jetzt geht es weiter. Hä? Ach, du musst auf mich warten, oder was? Nee. Ja, bei mir hat sich jetzt gerade die Glaswand geöffnet. Bei dir auch wahrscheinlich jetzt, ne? Hä? Hä? Weil ich laufe, guck mal, ich bin über dir, siehst du mich? Ich laufe jetzt hier gerade über das... Hä? Hä? Warum bist du oben? Ich weiß es nicht, ich bin irgendwie oben. Musst du nicht durchs Labyrinth machen? Nee, ich muss nicht durchs Labyrinth. Bro, was ist das denn? Hä? Hä, warte mal, du bist irgendwie falsch gegangen. Du hast gecheatet. Nein, Bro, ich habe nicht gecheatet. 100 Prozent. Bei mir hat sich hier diese Treppe so geöffnet. Ich bin jetzt hier auf der Stufe. Guck mal, ja, bei dir geht eine Treppe runter und bei mir geht eine Treppe hoch. Das ist alles, hat so seinen Richt... Bro, vielleicht ist das ein paar... Das ist... Wir sind gar nicht gegeneinander, wir machen das zusammen. Weil bei mir, bei mir ist jetzt nämlich hier oben wieder ein Weg, der jetzt wieder zu ist. Du musst das nämlich erst schaffen. Gold, complete. Ich glaube... Hä, das stimmt bei dir auch, ne? Ich drücke das gerade. Gold, complete, ja. Ich kann dir nämlich wahrscheinlich hier so den Weg ein bisschen zeigen. Okay, vielleicht müssen wir doch gemeinsam ausbrechen. Weißt du, wo... Nämlich, guck mal, der Ausgang ist nämlich... Ich leite dir jetzt mal den Weg. Ja, komm, mach mal. Warte. Okay, wo muss ich lang? Guck mal, hier unten bin ich? Ja, lauf mir mal nach. Okay. Ah, nee, warte, 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 warte. Junge, erst mal Sackgasse. Hier. Okay, ich gehe hier lang. Ja. Du musst nämlich da nach links oben kommen. Ja, da oben, wo die Scheibe ist, ne? Bei mir ist hier unten eine Scheibe, guck mal. Ja. Hier ist eigentlich der Ausgang, hier. Er ist offen. Ja, sehr gut, sehr gut. Und jetzt ist nämlich bei mir hier oben auch wieder auf. Ja, ich habe gedrückt. Ich habe bei dir den... Ich habe den Knopf gedrückt. Ah, lol. Und jetzt bin ich... Ah, und jetzt hast du... Oh, mein Gott, okay. Okay, warte, warte, warte. Ich zeige dir, wo dann... Das ist schon mal... Da ist ein Knopf in der Ecke. Hol den auf jeden Fall mal mit. Wir wissen ja nicht, wofür wir den brauchen. Ist abgebaut. Okay. Lauf mal durch. Ach, wir machen das zusammen. Wir machen zusammen einen Gefängnisausbruch hier. Und Bro, mit diesen Blöcken, wenn du da drauf drückst, dann öffnen sich verschiedene Wege. Ah. Hast du gerade drauf gedrückt? Ja, mach den mal auf. Jetzt habe ich auf einen gedrückt. Warte, ich gucke mal, wo offen jetzt ist. Ist hier was passiert? Ich habe nicht das Gefühl, es passiert was. Warte, warte. Doch, jetzt ist offen. Geh wieder ganz zum Anfang. Geh wieder... Du musst einmal Emerald, einmal Eisen und einmal Gold machen. Alles quasi einmal komplett. Wie mit dem Knopf an. Mach Knopf drauf. Einfach Knopf drauf. Und drücken. Ah, lol. Ja. Okay, das ist krass. Baut die wieder ab. Baut die wieder ab. Ja. Okay. Wir müssen es einfach wirklich zusammen machen. Hä? Tracked. Okay, jetzt musst du mir sagen, wo der Ausgang ist. Ja, okay, okay. Geh da wieder zurück. Nee, das ist falsch. Oder warte, warte, ich gucke mal. Oh, hier ist eine Kiste mit einem Hebel. Den nehme ich auch mit. Ich habe ihn auch abgebaut. Sag mir mal, wo der Ausgang hier ist. Wahrscheinlich rechts oben, oder? Du siehst hier, wo ich stehe. Du siehst jetzt, wo ich stehe. Aber da kommst du noch nicht hin gerade. Warte. Hier ist auch Sackgasse. Nee, nee, da ist Sackgasse. Wahrscheinlich auch über ganz außen. Du musst ganz am Anfang. Genau, und jetzt hier lang gehen. Hier lang gehen. Und jetzt warte, ich gucke gerade, wo lang. So, zack. Ja, geh mal hier lang. Oh, hier ist auch nochmal ein Hebel. Komm mal mit. Hier ist nämlich noch ein Knopf. Ich glaube, den musst du erst drücken. Genau unter mir, wo ich jetzt stehe. Hier noch weiter gehen. Ja. Und um die Ecke. Da drauf. Okay. Ah, jetzt hat sich hinten eine geöffnet. Alter, das hat sich echt gerade geöffnet. Ja. Wow. Das war gerade eben noch zu. Du musst drücken. Bei dir ist ein Knopf. Ja, hab gedrückt. Let's go. Oh mein Gott, Jürgen. Level 3 Trading. Okay, hier ist ein... Guck mal, jetzt sind wir sogar zusammen. Nee, sind wir nicht. Ich muss hier rüber. Okay, hier ist ein Villager bei mir. Bei dir auch? Bei mir ist... Hier ist auf jeden Fall eine unsichtbare Wand. Da ist eine fette Netherite-Axt in dem Ofen drin. Bei dir auch? Im Ofen? Ja. Ich habe keinen Ofen. Bei mir ist ein Ofen mit einer Netherite-Axt drin. Ich habe einen Braustand, aber der ist leer. Okay, warte mal. Mein Villager. Der Villager, was tradet man denn von denen? Eine Holz-Pick-Axt? Ja, aber wo kriege ich die Sachen her? Also, meiner gibt auf jeden Fall nichts Krasses. Oh mein Gott, guck mal. Du hast ein Fass in der Wand, ne? Ja. Wir können uns gegenseitig Sachen geben. Guck mal, siehst du meine Steinknöpfe? Okay, ja, sehe ich, sehe ich. Okay, okay, okay. Warte mal. Guck mal, bei dir ist ein Knopf noch. The Villager hasn't spawned. Ah, nee, okay. Das kann ich jetzt mit... Brauchst du Holz für irgendwas bei dir? Ja, ja, für die Pickaxe. Ja, warte, leg die rein. Warte. Ich kann hier bei mir unlimited Holz abbauen mit der Axt. Ja, hol mal. Nice. Ich brauche Stein, ich brauche Dias, ich brauche eigentlich alles. Ja, das habe ich bei mir hier drüben. Ich habe Dias und... Hast du eine Pickaxe bei dir? Weil ich habe nur eine normale Axt. Ja, ja, warte. Hier, ich nehme eine, damit kannst du jetzt Stein abbauen. Das ist die beste, die ich gerade bekommen habe. Also, Eisen. Ja. Nee, Stein, Stein. Stein habe ich nicht. Eisenherz, dafür brauche ich Stein. Stein habe ich nicht. Ah, warte, leg mal zurück. Ich bin so doof, ich habe selber Stein hier. Ich habe nur Eisen und Dias und Holz hier. Ja, warte, ich mache jetzt, ich mache jetzt. Ah, okay. Wir müssen das hier so jetzt langsam checken wir hier. So, mache ich mir jetzt eine Steinpicke. Leg die rein und die muss ich wahrscheinlich jetzt dir geben. Weil die kann abbauen Eisenerz. Mhm, mit dem Eisen und Gold. Du hast Eisenerz, ne? Ja. Okay, dann hier, zack. Oh, hi. Wie viel brauchen wir denn davon? Nur drei eigentlich, ne? Für Eisenpickax. Ja, eigentlich nur drei, ja. Okay, kannst du mir reinlegen, wenn du was? Aber warte, was verkauft denn dein Villager? Du hast doch auch einen. Äh, Diablock gibt mir Lohnstaub. Ach, ja, weil ich habe einen Braustand. Glasscheibe gibt mir Netherwarze. Oha, okay, brauchen wir alles eigentlich. Und Wein der Obsian gibt mir eine Hasenpfote. Okay, Wein in Obsian habe ich hier. Sand habe ich auch hier. Warte mal, bestimmt Hasenpfote. Damit macht man doch diese Hüpftränke. Wir brauchen, wir müssen bestimmt Hüpftränke machen, um weiter springen zu können. Okay, das macht Sinn, das macht Sinn. Okay, warte, so, ich habe jetzt drei Eisen. Ich mache mir jetzt erstmal die Ding, Pickaxe. Eisenschaufel brauche ich auch. Ja, wenn du jetzt Eisen hast, dann brauchen wir wirklich nur noch Dias. Okay, mache ich jetzt. Du hast Dias drüben, ne? Ja, ja, ich fange gerade. Brauchst du auch irgendwie Dias zum Traden für irgendwas, oder? Ja, ich brauche, ich brauche Dias auf jeden Fall. Wie viel? Drei Diamante. Und noch Eisen. Ich brauche eine Eisen für eine Schaufel. Okay, warte mal. Wir holen uns am besten mal so ein komplettes DIA-Equipment, wenn wir hier gerade dabei sind. Ich baue gerade mal ordentlich was ab. Boah, stimmt. Wir müssen weiterdenken. Ja, ja. Guck mal, ich gebe dir jetzt einfach mal ein halbes Stack rüber, damit kannst du dir alles machen, was du brauchst. Ja, aber ich brauche, um Sand abzubauen, da steht bei mir, kann abbauen Sand, brauche ich eine Eisenschaufel. Ach so, warte. Ich baue das Obsidian jetzt hier ab. Das geht nämlich. Warte, guck mal, hier, Eisenschaufel. Okay, geil. Warte, ich hole es direkt. Alter, das muss man echt so voll krass zusammen machen. Ach nee, bei dir ist, guck mal, bei mir ist nämlich hier so eine Treppe. Ja, ich sehe es, aber ich habe keine. Und ich muss die Druckplatte drücken und deswegen brauchen wir den Hüpftrank. Ja, okay, da gibt es Sinn, da gibt es Sinn. So, bist du fertig oder was? Ja, let's go. Okay. Dann, geht drauf. Easy. Zack. Oha. Nächstes Ding. Hä, alles resettet. Ey, nein. Wir haben uns voll sinnlos so OP-Equipment. Wir haben Jürgen. Ey, Mann, sind wir Bummis. Okay, ey, aber ganz kurz. Das ist ein Puzzle. Level heißt Puzzle. Ja. Aber bei mir sind nur Knöpfe auf dem Boden. Ja, bei mir sind... Ah, warte mal. Ich sehe nämlich, ich bin unter dir und sehe Pistons. Hörst du das? Ja. Irgendwas muss ich bei dir tun. Ja, ja, genau, weil ich sehe unten Pistons und man muss ja hier wahrscheinlich beim Puzzle die Sachen zusammenbringen, oder? Hä, ich verstehe es nicht genau, was das hier ist. Du musst mir wahrscheinlich sagen, was ich drücken muss. Alter, äh... Warte mal, du siehst ja, wo ich stehe, ne? Ja, genau, genau. Oh mein Gott, okay, warte. Lass mich mal ganz kurz erstmal einen Überblick hier verschaffen. Oh, 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 oh. Hä, aber... Wo sollen die Blöcke dahingeschoben werden? Ich verstehe das nicht. Was hat das jetzt mit Puzzle zu tun? Ah, nein, okay, ich hab's. Ich hab's, weil hier ist ein Block, wo das... Nicht der Obsidian, sondern der Sand reinfallen muss. Okay, ich hab's. Ich weiß. Also man muss den Sand... Müssen wir da rüber... Okay, let's go, komm. Ich sag dir jetzt mal, was du machen musst. Äh, du gehst jetzt hin. Äh, ich weiß nicht, wie kriegen wir das da oben hin. Ähm... Der hier? Da, wo ich jetzt stehe, das drückst du einmal bitte. Äh, boah, du stehst genau zwischen... Äh, der hier. Ja. Perfekt, okay. Richtig? Ja. Let's go. Jetzt drückst du den, wo ich jetzt einmal stehe. Ich stelle mich immer genau drunter, okay. Dann nochmal den von davor. Von davor? Äh, nee, 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 warte, nochmal, nochmal den drücken. Okay. Hä? Äh, ah nein, das ist ein Sticky-Piston. Oh, nein, warte. Okay, dann muss ich schnell sein wahrscheinlich, ne? Genau, also du musst... Du meinst gerade den noch, ne? Genau, ganz schnell. Du musst jetzt zuerst den und dann den anderen drücken. Schnell. Ja, perfekt. Okay, der ist weg da. Let's go. Ähm... Jetzt drückst du mir bitte einmal den. Der hier? Ja. Und jetzt drückst du den davor. Äh, den. Ah, warte, du musst ganz schnell wieder... Okay. Ah, nein, warte, das geht's. Ähm, du drückst erst mal den, wo ich jetzt stehe. Ja. Genau. Ah, jetzt geht's. Und jetzt drückst du den. Ähm, okay, warte, lass eine andere Sache versuchen. Du drückst jetzt den, wo ich jetzt stehe. Und dann ganz schnell... Ja. Und dann ganz schnell hier da drüben, wo ich dann hingehe. Wo ich... Also jetzt erst den und dann den. So ganz schnell. Da, wo du bist, ist keiner. Oder meinst du den? Ja. Hier kommt nix. Den und den. Naja, das geht... Hä? Bro, der Block, der wird grad von keinem anderen... Keine andere Pisten kann ihn sonst berühren. Deswegen verstehe ich das gar nicht mal. Ja. Okay, Freunde, nach 100 Jahren... Bro, wir haben so lange gebraucht. Alter, nur noch dieser eine. Nur noch dieser eine jetzt. Aber... Wisst ihr, was der Key war? Man konnte einfach die Knöpfe abbauen. Und damit andere Pistons auch noch... Ey, ist ja Film. Aber trotzdem. Aber geil. Oh, genau wieder unter dir. Der hier, ne? Genau unter mir, ja. Und nice! Ist durch. Ist geschafft. Bro, bei mir ist auch offen. Let's go, you game. Äh, was ist ein door game? Hallo, Lukas. Ich bin hier unten. Hallo, siehst du mich? Boah, es geht. Warte, soll ich schon runterspringen? Ja, da spring mal runter. Let's go. Zack. Okay, door game. Okay, wahrscheinlich... Warte, warte, warte. Wir dürfen nicht die falsche Tür oder so auswählen. Also, ich hab hier einen Knopf. Ich hab keinen Knopf. Drück mal. Huh? Es geht? Ah, okay. Guck mal, Hebel. Jetzt gehst du weiter. Ja, okay. Easy, okay. Ganz oben links bei dir ist der nächste. Ah, du musst wieder runter. Geh mal wieder runter. Dann geht's weiter. Ah, okay, warte. Runter. Ja, mit drin. Ja, weiter. Let's go. Ja. Und hier, zack. Nächster Hebel. Alter. Let's go. Das ist voll das praying game hier. Das ist so krass. Ah, okay, guck mal. Und zack. Jetzt kannst du unten weiter. Hey, warte mal. Ah, es gibt zwei Knöpfe. Guck mal hier drüben. Ja, nee, du musst hoch. Du musst hoch. Hoch? Guck mal, das hat auch immer dieselbe Farbe. Ah, okay. Ah. Und jetzt kannst du. Warte. Ich kann jetzt mit Gelb. Jetzt musst du runter. Ja, geh mal. Mach mal Gelb. Nee, warte. Ich muss erst noch den hier drücken. Nein, nein, nein. Geh die Leiter runter. Vertrau mir. Nee, der hier bringt dir auch gar nichts. Macht gar keinen Sinn. Jetzt da ist nämlich Gelb. Doch, bei dir ist aber. Jetzt. Nee, warte. Bei dir ist ein Hebel aber unten noch. Da kommst du nur dran, wenn du den drückst. Und. Warte, geh mal runter. Geh mal runter erst. Bevor ich weitergehe. Ganz runter. Und jetzt mach ich das weg. Ah. Nochmal. Jetzt. Au. Ja. Ja, und jetzt hast du selber bei dir oben freigeschaltet. Okay, nice. Ah, okay, okay. Jetzt geh ich Richtung Gelb. Jetzt kannst du wieder aufmachen. Nee, warte hinter dir. Mach erstmal. Ja, mach den noch. Und. Let's go. Jetzt kann ich hier den Hebel drücken. Jetzt. Ah, dein Ausgang ist frei. Und ich kann auch nochmal hier Gold drücken. Mach mal. Das war wahrscheinlich mein Ausgang unten, ne? Oder? Warte. Was ändert es denn? Ach, da oben. Da, bei dir Ausgang. Ja, da oben. Okay, okay. Dann mach wieder Gelb auf hier. Nee, nee, oben. Ja. Oh. Wow. Wo war bei mir der Ausgang? Let's go, ich komme raus. Ja, einfach runter. Ganz runter. Und dann hast du es. Ah, let's go. Easy. Easy. Level 6. Boah, guck mal, wie weit es da geht. Äh, 2. Level 6, 3 war. What year was Minecraft? Oh mein Gott, das ist ein Quiz. Ah, hier ist eine Frage. Was ist die Frage? Wann wurde Minecraft? Ach, ich habe die Frage, du die Antwort. Genau, genau. Wann wurde Minecraft released? 2011. Also ich habe 2014, 2012, 2009 und 2011. Ich glaube 2009. Aber. Ich glaube 11. Oder? Nee, es war 2011. Es war 2011. Ja. Ja, richtig. Ja, war richtig. Oh mein Gott. Okay. What mob was accidentally created? Also welches war aus Versehen wurde erstellt? Boah, es gibt ein Schwein, Creeper, Magma Cube oder Enderman. Bro, was sind wir falsch antworten? Was passiert dann? Ich weiß es nicht. Denkst du Creeper? Nee, Creeper nicht. Magma Cube, glaube ich, oder? Doch, ich wette, es wurde ein Slime entwickelt und dann kam der Magma Cube. Wahnsinn. Weil ein Schwein oder ein Enderman, Bro, das ist halt was. Ich sage Magma Cube. Oh, wir wurden zurückgesetzt. Oh no. Jetzt wissen wir, was passiert. Ja gut, dann wieder 2011. Hey, was war es dann? Creeper? Creeper, ja. Ja, das ist so ein Meme-Ding. Ich hätte auch Creeper gemacht. Sag ich ehrlich. Lol, okay. Was war die erste, was war das erste passive Mob, was in Minecraft... Steve, Sheep, Pick, Bad. Passiv, ja. Eigentlich Steve ist ja das. Oder nee, Steve ist ja... Nee, aber Steve ist ja ein Spieler. Was war noch als Antwort? Sheep, Pick und Bad. Warte, ich guck mal mit. Also gut, Fledermaus, nee. Schaf. Schaf gab es... Aber was gab es zuerst? Schaf oder Pick? Boah, ich glaube Schwein, oder? Schwein. Nein. Nee. Lol, sind nicht richtig. Okay, jetzt geht es aber schnell. Sag es doch Steve. Probier Steve. Ja. Ja. War doch richtig. Okay. Who made Minecraft? Hä? Mojang. Lest mal vor. Who made Minecraft? Bill Gates, Dream, Jens Bergsten oder Markus Persson? Alter. Ich würde sagen, es war der gottverdammte Jens, Mann. Nein! Markus Persson, Junge. Dann war es Markus Persson, ja. Markus Jefferson. Bro, jedes Mal wieder alles. Dann war es der Magus. Jawohl. Let's go, Junge. Okay. What Version? Okay, bei welcher Version wurden diese Phantome released? Kennst du ja, oder? 1.1, 2, 1.11, 1.10, 1.13. Ich glaube, also 1.... Boah, Bro, man habe ich aufgerufen zu spielen damals. Als 1.8. Boah, ich kann es dir nicht sagen, ne? Sag 1.12. Nein, Mann. Ist okay. Ja, Bro, das ist random. Wir müssen es einfach ausprobieren. Das ist wirklich random. Ich habe keine Ahnung. Dann, was mache ich 1.13? Ja, oh. Ja. Oh, let's go. Okay. What was the name of the... Also, was ist der Name von dem Update 1.5 gewesen? 5. 1.5? Okay, das war noch die Zeit, wo ich gezeigt habe. Das ist ein ganz altes Ding. Exploration Update? Redstone Update? Boah, ich kann mir vorstellen, also... Ich kann auch Redstone, weil es ist echt ein altes. 1.5 ist alt. Kommen wir, probieren es, oder? Ja, probieren wir. Ja, lol. Let's go. Okay, letzte Frage. Ja. Wie viele Blöcke kannst du runterfallen, ohne zu sterben? Boah, warte. Was geht das ausweichen? 26, 24, 21, 23. Boah, ich würde es wenigstens nehmen. Ich würde 21. Ich glaube, ab 24 stirbt man. Das sind 23. Dann, okay. Ich vertraue auf dich. Lol. Ja, richtig. Nice. Macher, Digga. Ich wusste es noch. Okay. Dann. 3, 2, 1. 3, 1, go. Boah, es geht noch weiter. Pistenparcours. Okay. Lol, ich muss jetzt wieder. Okay. Nein, oh, ich muss schnell sein. Okay, warte. Warte, lass einmal kurz alle austesten. Erstmal. Ich habe ja zwischendrin immer so Save-Dinge. Ich habe ja zwischendrin immer so Save-Dinge. Achso, okay. Dann, let's go. Okay, okay. Nein. Nein, man fällt da runter. Geht das? Wird das auch wieder normal? Lol, jetzt. Okay, das heißt, ich muss schnell weiter. Geht direkt an die Leiter. Die bleibt ja. Die Leiter bleibt. Ach, Digga. Ich muss schlecht. Ja, habs. Oh, easy. Nehmen wir jetzt noch eine Leiter, da musst du drauf. Kannst du einfach springen. Oben drauf. Und jetzt auf den Block. Warte nicht, dass der weggeht. Warte. Okay, nee, ist safe. Ich teste mal alles. Danach wieder auf die Leiter. Okay, das war der und dann wieder auf die Leiter. Spring nicht seitwärts auf die Leiter. Spring oben drauf. Ganz oben ist wie ein Block quasi. Ja. Okay, ready? Ja. Warte, ich spawne den. In drei, zwei, eins. Nein, ich bin zweit. Oh, man. Oh, shit. Alter. Drei, zwei, eins. Warte. Digga, warum sagst du drei, zwei, eins? Mach es nicht. Ja, weil ich habe den falschen Knopf gedrückt. Drei, zwei, eins. Easy. Mach langsam, mach langsam. Okay, der ist für oben. Der hier, guck mal, der da muss wahrscheinlich, oder? Ja, ich gucke gerade. Der hier. Okay, warte noch. Okay, drei, zwei, eins. Ich sehe jetzt nicht mehr. Das ist jetzt wie ein weißer Balken. Ja. Okay, warte, warte. Ich glaube, ich muss auf den weißen Balken hier drauf springen. Und dann da rüber, weil hier ist... Boah, ich glaube, du kannst da nicht drauf. Doch, doch, doch. Warte mal, lass mich mal kurz... Bin drauf, bin drauf, bin drauf. Was passiert, wenn ich den drücke? Und hier ist noch... Hier ist ein Invisible Block. Du musst wahrscheinlich einmal ganz durchgehen und von hinten dann. Ja, ja. Okay, warte. Hier ist ein massiver Block. Ich habe noch einen leeren Knopf. Warte mal. Okay, es geht weiter. Mach den hier. Warte. Du musst mir sagen, ist das der? Nee. Der? Nee. Nee, auch nicht. Ja, perfekt, bro. Ich wurde runtergebrochen. Yeah, das ist ein Hebel. Oh mein Gott. Ich kann oben nichts steuern. Okay, du bist ja da. Pass auf. Ich habe hier nur einen Hebel, ne? Ja. Mit dem kann ich irgendwas machen, wo du gerade runtergefallen bist. Da fährt der eine Block nämlich weg, auf dem ich da stehe. Okay, warte. Bleib mal genau da jetzt. Okay, guck mal. Ganz oben rechts. Siehst du den? Ja. Ah. Warte mal. Nee, den kann ich... Ja, passiert gerade gar nichts. Jetzt. Ja, das ist unnötig. Brauchen wir nicht. Der ist der ganz oben. Da oben brauchen wir. Und den. Ja, jetzt aber noch nicht. Jetzt noch nicht. Okay, warte. Dann mach mal kurz nichts, weil ich glaube, da kann ich auch so rüberspringen. Ja. Und den nächsten schaffst du auch easy. Ist halt ein Double Jump. Ja, okay, warte. Warte, warte, warte. Jetzt. Ich habe nur noch die zwei oben. Ja, warte. Ich glaube nämlich, die schaffe ich so. Den einen schaffst du so easy. Okay, warte. Jetzt wird es schwer, weil ich muss die, guck mal, ich muss die beide nacheinander. Okay, ja, ich gehe durch. Okay, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins. Let's go. Let's go. Oh, baby. Okay, jetzt geht es hier oben weiter. Okay, schau mal. Ich habe jetzt hier einen Knopf. Ich habe hier einen Knopf. Nee, nee, warte. Oh, jetzt geht es bei mir auch weiter. Okay. Okay, nice. Oh, no, jetzt muss ich das selber machen. Oh, nein, bro. Okay, komm, easy peasy. Hier kannst du einfach hoch. Okay, das ist der da. Ah, okay, nice. Warte, sag einfach Bescheid, Mann. Ja, und ich drücke jetzt. Ausfall. Okay, warte. Guck mal, wer das ist. Guck mal, wer das ist. Nee, das war der Hände an der Wand. Das ist alles an der Wand. Der hier. Warte, war das richtig? Direkt ein Double Jump. Guck mal. Ja. Drück dir nochmal. Ja, ist das ein Hebel? Der ist aktiviert jetzt. Dann zähl runter von drei, zwei, eins und bei null machst du es dann. Okay, ready? Ja. Drei, zwei, eins. Nice. Okay, komm, wir haben es jetzt. Letzter. Ja. Nein! Ich habe doch nur getestet. Bro, sag das doch. Oh, mein Gott. Okay, ich würde sagen, wir machen es gerade nochmal bis dahin. Let's go. Okay, Freunde. Drei, zwei, eins und. Oh, geschafft. Oh, mein Gott. Jetzt ein Egg Jump. Aber easy, Junge. Strong. Ah, okay, du hast wahrscheinlich ein Feld und ich muss es nachbauen. Ja, ich habe hier ein pinkes Feld. Ja, okay, ich habe das in blau. Ich muss es einfach nachbauen. Okay, sag mir ganz links, unten rechts, womit du anfängst. Ganz links, unten rechts. Mit Wolle, Beton oder Trockenbeton? Äh, äh, harter Beton, unten links. Okay, habe ich. Dann rechts daneben. Wolle. Wolle, ja. Dann, äh, Sandbeton. Ja. Wolle. Ja. Sand, Sand. Den nächsten zwei ist Sand. Bam, bam, okay. Dann wieder links angefangen, zweitere. Wolle ist angefangen, genau. Wolle. Warte, ich muss gerade, das klingt noch gut. Ja, jetzt. Wolle, okay. Sand, Sand. Sand, Sand. Harter Beton. Ja. Sand. Sand. Harter Beton. Harter Beton. Okay, wieder links. Ja. Wolle. Zack. Sand, Sand. Und. Bam, Junge. Let's go. Oh, jetzt muss ich das auch da machen. So, fertig hier. Oh mein Gott. Die Ausbruch, Brüder. Das war so krass. Let's go, Mann. Let's go, ich bin frei. So, Leute, das war's gewesen. Wir sind ausgebrochen. Die Ausbruch, Brüder, sind wieder da. Leute, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin. Haut da rein, Leute. Euer Crymax. Das war's gewesen.